Was haben wir denn hier? Zwei Majors im Clinch? Wir stören dich doch nicht, oder? Nein! Der Major hat mir gerade geholfen, den Text für den Dokumentarfilm zu machen. Bricker hat mich darum gebeten. Er ist ein fantastischer Darsteller. Stimmt, er stellt ja auch einen Arzt dar. Gib uns mal eine Kostprobe, Frank. Ja, komm, mach mal. Ja, Frank, zeig es Ihnen. Na, die Stelle nicht. Eine Gruppe tapferer Männer arbeiten gerade im improvisierten OP. Um ihre Söhne und Brüder zu retten. Während draußen die Meute der hungrigen Kriegshunde die Tür von dieser Zuflucht anbellt. Ganz ruhig, ruhig, Bonzo, sitzt. Jetzt roll dich und spring durch den Reifen. Denn das hier sind die Heiligen im Chirurgengewand. Hingebungsvolle Chirurgen, alles Freiwillige. Und jeder echte, heißblütige Amerikaner weiß, dass, falls er verwundet wird, von den kräftigen, fähigen Händen eines Yankee-Doodle-Dokters gekübt wird. Ha ha ha, Heils-Yanky-Noodle-Dokters! Stuck den Betten in his Nurs and caught her Macaroni!